Charles Fraser, Sherlock Holmes und der Wechselbalk, die Abenteuer des alten Sherlock Holmes, Folge 20, gelesen von Andreas Lange. So, und nun alle ganz leise, versteckt euch, er kommt, zischt uns Alice zu. Plötzlich war es mucksmäuschenstill im Wohnzimmer der Millers. Einzig der gedeckte Kaffeetisch deutete auf eine bevorstehende Party hin. Nur widerwillig ließ ich mich zu der kleinen Überraschungsparty zur Holmes-Geburtstag von Alice überreden, denn Holmes, das war mir klar, würde es hassen. Aber je länger ich darüber nachdachte, kam ich zu der Antwort, warum eigentlich nicht? Und so kauerte ich nun gespannt hinter dem Sofa der Millers. Neben mir hockte die kleine Emma, die vor lauter Vorfreude gar nicht mehr aufhören konnte zu kichern. Da endlich war es soweit. Ich hörte, wie Holmes den Türknopf herunterdrückte und das Wohnzimmer betrat. Und noch ehe wir, das waren Alice, ihr Mann Eddie, die drei Kinder und ich, aus unseren Verstecken hervorspringen und laut Happy Birthday rufen konnten, rief schon Holmes laut Überraschung. Irritiert hob ich meinen Kopf und sah Holmes mit einer Geburtstagstorte auf dem Arm lachend vor uns stehen. Sie, alter Miese, Peter, schimpfte Alice. Nun haben Sie den Kindern die ganze Überraschung verdorben. Ich also sollte von Ihnen überrascht werden, sagte Holmes und zog dabei eine Augenbraue nach oben. Dann drehte er sich um und fuhr mich an. Watson, wie konnten Sie so etwas wie eine Party überhaupt zulassen? Solch ein Unfug! Sie wissen doch von allen am besten, dass ich solche Feierlichkeiten meide wie der Teufel das Weihwasser. Und doch sind Sie hier und sogar noch mit einer großen Torte, stellte ich schmunzeln fest. Nun ja, das gebot mir mein guter Anstand, rechtfertigte sich Holmes. Alice schüttelte resignierend den Kopf und sprach. Nachdem Sie es geschafft haben, Ihre eigene Party zu ruinieren, können wir uns jetzt vielleicht einfach alle zusammen hinsetzen und Kaffee trinken und Kuchen essen? So nahmen wir alle um den Kaffeetisch herum Platz. Holmes zog eine Flasche französischen Brandy unter seinem Jackett hervor und schenkte sich großzügig davon in seine Kaffeetasse ein. Alice sah ihn mit großen Augen an. Doch bevor sie etwas sagen konnte, kam Holmes ihr schon zuvor. »Verzeihen Sie meine Teuerste, aber Ihr Kaffee schmeckt abscheulich. Außerdem dachte ich, wenn ich schon Geburtstag habe, dann kann ich auch das trinken, was mir wirklich schmeckt.« Holmes hob seine randvoll gefüllte Kaffeetasse elegant mit zwei Fingern, zwinkerte Alice zu und nahm einen langen Schluck daraus. Wir anderen dagegen blieben beim Kaffee, beziehungsweise die Kinder Emma, Patrick und Mary, die Alice zusammen mit ihrem Mann Eddie nach einem unserer Fälle aus dem Waisenhaus adoptiert hatten, beim Kakao. Plötzlich stand die kleine Emma auf und überreichte Holmes ein selbstgemaltes Bild. »Das ist für Sie zum Geburtstag, Mr. Holmes. Das habe ich ganz alleine gemalt.« Holmes betrachtete das Bild ganz genau und fragte dann, »Emma, ist das ein qualmender Habicht auf zwei Beinen?« Die kleine Emma protestierte lautstark. »Aber das sind doch Sie. Hier ist Ihr Stock und hier ist Ihre Pfeife. Sehen Sie?« Ich warf ebenfalls rasch einen kurzen Blick auf die Zeichnung und konnte mir ein Schmunzeln nicht ganz verkneifen. »Also, ich finde, Holmes, Emma hat sie ganz vorzüglich getroffen. Besonders ihre Charakternase hat sie ganz vortrefflich in Zähne gesetzt.« »Sei nicht traurig, Emma,« tröstete Alice ihre Tochter dagegen. »Ich finde, du hast das ganz wunderbar gemalt.« »Emma, das ist eines der schönsten Geschenke, die ich je erhalten habe,« sagte Holmes daraufhin schnell und zwinkerte Emma lächelnd zu. Und schon strahlte die Kleine wieder und kuschelte sich an ihre Mutter. »Mr. Holmes, verraten Sie uns doch, wie Sie von der Party erfahren haben.« »Hat Dr. Watson etwa gepetzt?«, fragte Alice und warf mir einen strengen Blick zu. »Aber keinesfalls,« verteidigte mich Holmes. »Sie haben sich alle so auffällig verhalten, dass man kein Meisterdetektiv sein muss, sondern nur eins und eins zusammen zu zählen braucht.« Angefangen hat Alice mit ihrer geheimnisvollen Tuschelei. Dann kamen die Ablenkungsmanöver der Kinder. Obendrein sah ich zufällig ihre Einkaufsliste auf dem Küchentisch liegen. Darauf standen unter anderem auch die Zutaten für einen Kuchen. Und wir wissen schließlich alle, wie sehr sie es verabscheuen zu backen. Und dies, sie verzeihen, wenn ich es so direkt ausspreche, auch aus einem guten Grunde. Doch da wir gerade beim Thema sind, wo ist denn Ihr Meisterwerk? Alice blickte beschämt zu Boden. »Ich dachte, es ist besser, ich entsorge die Torte lieber gleich, ehe wir alle Bauchschmerzen davon bekommen. Sie sah auch wirklich nicht vorzeigbar aus. Umso besser also, dass Sie einen Kuchen mitgebracht haben,« sagte Alice lachend. Und wir probierten alle von der Torte, die Holmes mitgebracht hatte. Alles in allem war es ein wirklich netter, harmonischer Nachmittag. Und auch Holmes, dem Geburtstage ja sonst eher lästig sind, genoss das beisammen seinsichtlich. »Haben Sie schon von dem Vorfall in Greenwich gehört, Mr. Holmes?«, fragte Alice schließlich. Holmes legte seine Kuchengabel nieder und antwortete, »Nein, was soll denn dort passiert sein, meine Liebe?« Nun, gestern Abend besuchte mich doch meine Freundin Sue und brachte mir die Anziehsachen ihrer Tochter vorbei, die dieser zu klein geworden sind. Sue's Mann ist Arzt und betreibt in Greenwich seine Praxis. Gestern Nachmittag sind bei ihm in der Praxis zwei ältere Damen erschienen und hatten ein erfrorenes Baby dabei. Sie sagten, sie hätten es im Wald gefunden. »Du meine Güte«, entfuhr es mir, »wer macht denn so etwas?« »Eine verzweifelte Mutter zum Beispiel, die vielleicht nicht weiß, wie sie ihr Kind ernähren soll«, sagte Holmes und fügte eilig hinzu, was natürlich keinesfalls eine Entschuldigung dafür sein sollte. »Doch, Mr. Holmes, jetzt stellen Sie sich aber vor, vor circa drei Monaten wurde schon einmal ein Baby im Wald gefunden, und zwar ziemlich genau in der gleichen Gegend. Jedoch wurde das arme Kleine damals Opfer eines Wildtieres. »Wurde seinerzeit die Polizei darüber informiert?«, fragte Holmes. »Ich weiß es nicht genau, ich denke aber schon. Aber mir erscheint der kurze Abstand von zwei Kindsfunden schon recht auffällig«, sagte Alice. »Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, meine liebe Alice«, sagte Holmes und grübelte. »Watson, haben Sie morgen schon etwas vor, oder würden Sie mich nach Greenwich in die Arztpraxis von Alice' Freundin begleiten?« »Natürlich, Holmes«, sagte ich, ohne auch nur im Geringsten von den Abgründen zu ahnen, welche sich mir noch auftun sollten. Selbstverständlich wollte auch Alice uns begleiten und bezirzte ihren Mann Eddie. »Es macht dir doch nichts aus, morgen für ein paar Stunden die Kinder zu hüten, Darling?« Sie blinzelte ihn kokett an und der gute Eddie wurde wie immer wachs in ihren Händen. Als der gesellige Nachmittag sich dem Ende näherte, zogen Holmes und ich uns in unsere Räumlichkeiten zurück. Ich machte es mir mit meiner bevorzugten Lektüre gemütlich, während Holmes in seinem Lehnsessel saß und Gedanken verloren an seiner Pfeife zog. Es schien fast so, als würde er schon jetzt sämtliche Eventualitäten gedanklich durchspielen, die uns morgen vielleicht erwarten könnten. Doch irgendwie bezweifelte ich diesmal stark, ob das, was sich Holmes da womöglich zusammenreimte, an die Realität heranreichen würde. Am nächsten Morgen, ich war für die bevorstehende Autofahrt mit Alice nach Greenwich bestens gewappnet und saß bereits auf der Rückbank im Auto, als Holmes und Alice zusammen einstiegen. Beide drehten sich in etwa zeitgleich zu mir nach hinten um. Während Holmes nur den Kopf schüttelte, fing Alice an zu lachen und sagte, »Dr. Watson, tragen Sie da etwa Ihren Kriegshelm? Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich so eine schlechte Autolenkerin bin. Ihr Fahrstil spricht aber eine ganz andere Sprache,« konterte ich und krallte mich mit beiden Händen an der Sitzbank fest, während Alice das Fahrzeug startete und ruckartig losfuhr. Wir erreichten Greenwich nach einer gefühlten Ewigkeit. Der Schweiß stand mir auf der Stirn und meine Knie zitterten. »Meine liebe Alice, wie Sie die letzte Kurve genommen haben und dabei das Auto vor Ihnen überholt haben, wie auf Schienen,« lobte Holmes, Alice, todesmutige Manöver. Alice strahlte und ich zog meinen Ingwer, den ich seit unserer letzten Schiffsreise immer bei mir trug, aus der Tasche und begann darauf herumzukauen. Ich konnte es ja selbst kaum glauben, aber rückblickend erschien mir die Schiffsreise mit Holmes mittlerweile wie ein Sonntagsausflug gegen die Autofahrt mit Alice. Zu dritt betraten wir die Arztpraxis, die zu dieser frühen Stunde noch nicht geöffnet hatte. Es waren noch keine Patienten im Wartebereich. Alice' Freundin Sue saß allerdings schon am Empfang bei Schreibarbeiten und begrüßte uns überrascht. »Alice, ich freue mich, dich wiederzusehen. Mr. Holmes, Dr. Watson, ich grüße Sie. Was führt euch denn zu mir?« »Hallo Sue, du bist ja schon richtig fleißig,« entgegnete Alice und umarmte dabei ihre Freundin. »Ich habe Mr. Holmes gestern von der Geschichte mit dem Baby erzählt. Wir würden deshalb gerne mit deinem Mann sprechen, wenn das möglich wäre.« »Aber selbstverständlich,« sagte Sue, »ich kann euch sogar noch das Baby zeigen, wenn ihr wollt. Es wird erst am späten Vormittag vom Bestatter abgeholt. Ich habe es inzwischen in den Schuppen gebracht. Dort ist es noch schön kalt,« fügte sie erklärend hinzu. Sue führte uns in den angrenzenden Schuppen und deutete auf eine mittelgroße Schachtel. »Dr. Watson, wenn ich bitten dürfte,« sagte Holmes und forderte somit mich auf, die Schachtel zu öffnen. Zum Vorschein kam ein kleines, in eine weiche Decke gewickeltes Knäuel, das sanft auf einem Kissen ruhte. Sue hatte dem armen Baby einen schönen Platz hergerichtet. Schade, dass es diese Zuneigung erst nach seinem Tod erfahren durfte. Ich schluckte schwer und hob das Bündel sanft aus seiner Ruhestätte. Dann wickelte ich es vorsichtig aus der Decke und zum Vorschein kam ein kleiner Knabe. Mir wurde es ganz eng ums Herz, als ich das kleine Menschlein betrachtete, das nun tot in meinen Armen lag. Alice kam an meine Seite und streichelte ihm sanft über das Köpfchen. »Wer kann ein so hilfloses Wesen nur aussetzen?«, murmelte sie betroffen. »Dr. Watson, haben Sie gesehen? Ich glaube, mit seinem Kopf ist irgendetwas nicht ganz in Ordnung.« Ja, ich hatte es bereits gesehen. Das Baby hatte einen relativ kurzen Kopf und einen flachen Hinterkopf. Auch sein kleines Gesicht war ganz rund und flach. »Können Sie irgendwelche Verletzungen an dem Baby feststellen, Watson?«, fragte mich Holmes. Doch außer den typischen Erfrierungserscheinungen wie die dunklen Hautverfärbungen, konnte ich an dem Kind nichts erkennen, das auf ein Verbrechen hindeuten würde. Ich wickelte das Baby behutsam wieder in seine Decke und legte es vorsichtig in die gepolsterte Schachtel zurück. Betroffen gingen wir zusammen mit Sue wieder in die Arztpraxis zurück. Dort trafen wir auf Sues Mann. »Frank, Alice ist zusammen mit Mr. Holmes und Dr. Watson gekommen, um das ausgesetzte Baby zu sehen,«, sagte Sue zu ihrem Mann. »Dr. Ambrose, es ist mir eine Ehre,«, grüßte ich den Mann. »Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, Dr. Watson,«, erwiderte der Mann und reichte mir und anschließend Holmes die Hand zur Begrüßung. »Alice hat Ihnen das Baby bereits gezeigt?«, erkundigte er sich. »Ja, das hat sie,«, sagte Holmes. »Haben Sie das Kind untersucht, als man es zu Ihnen brachte?« »Natürlich,«, antwortete Dr. Ambrose. »Ich denke, das Kind war schon seit einigen Stunden tot, bevor man es fand. Was bei diesen Temperaturen im Januar kein Wunder ist,«, schlussfolgerte er. Holmes nickte. »Und das Kind wurde in einem Waldstück gefunden, in dem vor nicht allzu langer Zeit schon einmal ein ausgesetztes Kind gefunden wurde?« »Ganz richtig, Mr. Holmes. Ich denke, es dürfte circa an die zwei Monate her sein. Ich bekam das Baby damals nur ganz kurz zu Gesicht, denn ich hatte an diesem Tag keine Ordination. Ein befreundeter Arzt hatte die Vertretung. Dieser kontaktierte mich aber sofort, als man ihm das tote Baby brachte. Ich eilte daraufhin zu ihm und warf einen kurzen Blick auf das Kind,«, sagte Dr. Ambrose. »Und ist Ihnen an dem Baby etwas aufgefallen damals?«, fragte Holmes. »Mr. Holmes, das arme Kleine wurde von einem Wildtier angefressen,«, antwortete Dr. Ambrose mitfühlend. »Das ist mir bekannt, aber konnten Sie vielleicht die Kopfform oder das Gesicht des Kindes erkennen?« »Sie sprechen von dem flachen Hinterkopf und dem flachen Gesicht, das dieses Kind hier aufweist?« »Ja, soweit ich es noch erkennen konnte, hatte das Baby dieselben Anomalien.« Holmes schnaubte. »Sie erinnern sich an die aufsehend erregende Publikation von Dr. John Langdown,«, »michte ich mich ein,«, »in der er seine zweifelhafte ethnische Klassifikation zum Besten gibt?«, Holmes nickte. »Weitere Merkmale hierfür sind schräg stehende Augen, die vier Fingerfurche und die Sandalenlücke an den Füßen,«, listete ich weitere Kennzeichnungen auf. Mit einem Mal fühlte ich mich ganz aufgewühlt. »Holmes, Sie glauben doch nicht etwa, jemand entführt in der Nacht geistig behinderte Kinder und setzt sie mitten im Wald den wilden Tieren oder der Kälte aus?« »Mein guter Watson, das habe ich nicht gesagt, und das mag ich mir auch beim besten Willen gar nicht vorstellen. Ich meine aber, dass es hier vielleicht eine Verbindung geben könnte. Doch um ehrlich zu sein, denke ich eigentlich in eine ganz andere Richtung. »Haben Sie schon einmal etwas von einem Wechselbalk gehört?«, wollte Holmes wissen. »Ein Wechselbalk? Nein, davon ist mir noch nie etwas zu Ohren gekommen,«, antwortete ich in völliger Unwissenheit. »Aus dem Reich der Hexen und Feen sagen? Wie kommen Sie denn jetzt bloß darauf, Mr. Holmes?« Alice schien der Begriff jedenfalls etwas zu sagen. Man glaubte damals im Mittelalter, dass dämonische Wesen oder gar der Teufel selbst wohlgestaltete Kinder durch die eigenen Missgestalten austauschten, um damit den Menschen zu schaden. Diese untergeschobenen Geschöpfe nannte man Wechselbalker. Damit so ein Austausch aber nicht zustande käme, behelfen sich die Menschen damals mit einigen Tricks. Sie legten zum Beispiel spitze Gegenstände ins Kindsbett oder Gebetsbücher unter die Kissen. Zudem durfte man das Kind weder bei Tag noch bei Nacht alleine lassen und das Licht im Zimmer durfte nie ausgehen. Sollte es den magischen Wesen dennoch gelingen, den Menschen das eigene Kind unterzujubeln und das Menschenkind daraufhin zu entführen, so versuchte man, die bösen Mächte dazu zu bringen, das Kind wieder zurückzutauschen, indem man diesem sogenannten Wechselbalk zum Beispiel schwere Schäden zufügte. Man warf es zum Beispiel aus der Wiege oder gab ihm keine Nahrung. Oder man schlug es mit der Rute und übergoss es mit kochendem Wasser. Ich brauche Ihnen bestimmt nicht weiter zu erzählen, dass das Kind in solchen Fällen sehr oft zum Tode kam. Führte aber all dies auch nicht zum Erfolg, setzte man den Wechselbalk anschließend einfach im Wald aus und hoffte, dass die teuflischen Eltern es von dort holen würden und das geraubte Kind an seiner Stelle daließen. Ich schüttelte fassungslos den Kopf. Und Sie glauben wahrhaftig, dass heutzutage noch jemand an so etwas glaubt? Gibt es etwas, mein lieber Doktor, an das Menschen nicht glauben? erfolgte prompt Holmes' Gegenfrage. Mal angenommen, Sie hätten mit Ihrer These recht. Wo wollen Sie denn da mit Ihrer Suche beginnen, Mr. Holmes? fragte Alice. Nun, wir werden zuerst dem örtlichen Arbeitshaus von Greenwich einen Besuch abstatten, sagte Holmes. Dem Arbeitshaus kam es von Alice und mir wie aus einem Munde. Was halb denn das? Nun, im Arbeitshaus versammeln sich viele verschiedene Schichten von Menschen. Die Chance, einen Anhaltspunkt zu finden oder eine Auskunft zu erhalten, ist meiner Meinung nach dort am größten, konstantierte Holmes. Ich würde Sie ja sehr gerne begleiten, meldete sich Dr. Frank Ambrose zu Wort. Jedoch verstehen Sie sicher, dass jeden Augenblick die ersten Patienten hier eintreffen werden? Vollkommen, sagte Holmes. Ich danke Ihnen sehr, Dr. Ambrose. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Alice umarmte ihre Freundin zu zum Abschied und dieser murmelte ihr zu. Ich wünsche euch viel Glück. Halte mich auf dem Laufenden, Alice. Bevor Alice noch den Motor starten konnte, hatte ich schon sicherheitshalber wieder meinen alten Armeehelm aufgesetzt. Doch diesmal erschien meine Vorsicht unbegründet. Alice, verzeihen Sie mir meine Ausdrucksweise. Doch Sie fahren ja wie eine alte Schnecke, sagte ich. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Ich bin mit meinen Gedanken gerade ganz woanders, gab sie mit erstickter Stimme von sich. Was man doch früher alles mit den Menschen, vor allem aber mit den Kindern angestellt hat, das ist ja ganz schrecklich. Aber Alice, glauben Sie denn nicht, dass dies heute noch genauso geschieht? Denken Sie doch einmal an Ihre eigene Geschichte. An das Waisenhaus, aus dem Sie Patrick, Mary und Emma gerettet haben, erwiderte Holmes. Alice schluckte schwer. Sie und ihr Mann hatten die Kinder ja anschließend bei sich aufgenommen und adoptiert. Doch vergessen war die Geschichte noch lange nicht, denn immer wieder quälten die Kinder des Nachts viele Albträume. Besonders die kleine Emma. Sagen Sie, Mr. Holmes, wollte Alice wissen. In dem Arbeitshaus, wo wir jetzt hinfahren, dort gibt es doch auch Waisenkinder, richtig? Waren Sie denn noch nie in einem Arbeitshaus, Alice? fragte Holmes zurück. Alice schüttelte den Kopf. In einem Arbeitshaus treffen viele Gruppen aufeinander, erklärte Holmes. Und zwar immer die schwächsten und ärmsten unserer Gesellschaft. Vordergründig natürlich arme Leute, die sich zum Beispiel die Miete für ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Aber auch Bettler und alte, kranke Leute aus aller Herren Länder und eben auch Kinder ohne Eltern. Ich bin sehr froh, dass es solche Institutionen gibt, die die Leute von der Straße wegholt, sagte Alice. Sie waren wirklich noch nie in einem Arbeitshaus, erwiderte ich darauf. und erklärte, ein Arbeitshaus ist in Wahrheit keine Wohltätigkeitsorganisation. Die Menschen dort müssen schwer arbeiten für ihr Essen. Sie werden unterdrückt und gegängelt. Wäre ich in solch einer Situation, ich würde die Straße ohne Obdach eindeutig bevorzugen. Wirklich? Aber die Arbeitshäuser werden doch zum Teil von der Kirche mitfinanziert, überlegte Alice. Und das sagt Ihnen genau was? schnaubte Holmes. Nur weil etwas von der Kirche finanziell mitgetragen wird, ist es deshalb noch lange nicht heilig. Eher ganz im Gegenteil. Wie meinen Sie das denn nun? Mr. Holmes, klären Sie mich bitte auf, bat Alice. Nun, das Arbeitshaus, zu dem wir gerade unterwegs sind, liebt es, kleine Kinder zur Bestrafung in die Totenkammer zu schicken, um auf den dortigen Särgen zu schlafen. Ich weiß sogar von einem 72-jährigen Greis, der vor den Friedensrichter geschleppt wurde, weil er sich weigerte, Steine zu klopfen. Er sagte, er könne diese Arbeit wegen seiner steifen Knie nicht mehr übernehmen, bot aber jegliche andere Art Arbeit an. Und zur Strafe wurde er daraufhin zu 14 Tagen Zwangsarbeit in der Tretmühle verurteilt. Glauben Sie mir, liebe Alice, das Leben im Arbeitshaus ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Von außen betrachtet machte das Gebäude auf den ersten Blick gar nicht mal so einen schlechten Eindruck. Was mir allerdings sofort auffiel war, dass es so gut wie keine Fenster gab, die den Bewohnern einen Ausblick nach draußen gestattet hätte. Wir sprachen am Eingang vor und wurden zum Werkmeister gebracht. Ein Hühne von einem Mann mit akkurat geschnittenem Haar empfing uns und Holmes brachte unser Anliegen vor. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Mr. Samlow und das hier sind Mr. Nestor und seine Enkelin. Es geht um Mr. Nestors Gemahlin. Die alte Dame ist in einem sehr verwirrten Zustand und macht meinen beiden Freunden hier das Leben unnötig schwer. Deshalb würden wir sie gerne in eine Unterkunft wie der Ihrigen in Obhut geben. Mr. Nestor würde sich das natürlich im Voraus etwas kosten lassen und sie und ihr Haus großzügig unterstützen, log Holmes. Der Gesichtsausdruck des Hühnen wechselte schlagartig von gelangweilt zu plötzlich, freudig und hellwach. Anfangs war Alice noch sichtlich irritiert bezüglich Holmes erfundener Geschichte. Er sagte, jedoch fing sie sich rasch und spielte die ihr zugewiesene Rolle nun perfekt mit. Ja, ich denke, diese Unterkunft wäre genau das, was wir für den alten Drachen suchen. Dürfen wir uns ein wenig in Ihrem Hause umsinn, Sir? Nur um ganz sicher zu sein, dass die gute Mrs. Nestor auch wirklich die restliche Zeit ihres Lebens gut verwahrt ist, fragte Holmes. Aber selbstverständlich, Mr. Samlow. Der Hühne erhob sich hinter seinem Schreibtisch und öffnete die Türe ins Nebenzimmer. Selma, rief er, komm mal schnell herein. Wenige Augenblicke später kam ein junges rothaariges Mädchen in zerlumter Kleidung ins Zimmer. Ihren Blick hielt sie starr auf den Boden gerichtet. Selma, das hier sind Mr. Samlow und Mr. Nestor zusammen mit seiner Enkelin. Bitte führe die Herrschaften ein wenig bei uns herum. Das Mädchen deutete einen Knicks an, beinahe so, als wären wir bei Königs zu Hofe. Diese Geste wirkte überaus irritierend auf mich, denn sie war hier völlig fehl am Platze. Schweigend folgten wir Selma, bis wir sicher sein konnten, außer Hörweite des Hühnen zu sein. Selma, wie lange bist du denn schon hier? suchte Holmes das Gespräch. Mein ganzes Leben lang, Sir, gab das Mädchen höflich zur Antwort. Und wie gefällt es dir hier? stocherte Holmes weiter. Ich bin froh, hier zu sein. Sehr gut, Sir, danke, antwortete Selma brav. Kannst du uns ein wenig über das Haus hier erzählen? fragte ich. Was möchten Sie denn gerne wissen? Nun, welche Menschen hier wohnen und was deine täglichen Aufgaben hier sind, einfach alles, was dir einfällt, sagte ich und bemühte mich, ein freundliches Lächeln zu machen, um das Vertrauen des Mädchens zu gewinnen. Es sind sehr viele Menschen hier, alte, arme, weisend und viele Kranke, gab Selma an. Was für Krankheiten haben die Menschen denn hier? fragte Alice in mütterlichem Tonfall. Selma zuckte mit den Schultern. Sie sind eben krank, alt und krank, gebrechlich oder auch nicht ganz richtig mehr im Kopf. Kannst du uns vielleicht einmal dein Zimmer zeigen? fragte Holmes. Ich bemerkte sofort, wie sich das Mädchen versteifte und den Blick wieder zu Boden senkte. Auch Alice entging dies nicht. Mr. Samlow hat dies nur gefragt, um zu sehen, wie die Unterbringung hier aussieht. Wir überlegen nämlich meine Großmutter hierher zu bringen, half Alice aus. Dann müssen Sie Ihre Großmutter aber nicht sehr mögen, sagte Selma. Wie meinst du das? hakte Alice nach. Ach nichts, Miss, winkte Selma ab. Wir folgten ihr den langen Gang, bis wir an eine Treppe gelangten, die in die oberen Stockwerke führte. Plötzlich vernahmen wir von irgendwoher gequältes Wimmern. Wo kommt denn dieses schauderhafte Geräusch her? fragte ich erschrocken und blickte mich um, konnte aber nichts erkennen. Ach das, sagte das Mädchen gleichgültig, das kommt aus dem Hunsloch. Dabei deutete Selma auf eine Türe, die den engen Raum direkt unter der Treppe versperrte. Ist da etwa wer eingesperrt? fragte Alice entsetzt. Selma nickte. Heute sind sie zu fünft, zwei Männer, ein Mädchen und zwei Burschen. Die zwei Männer und das Mädchen sind schon seit drei Tagen dort drin. Doch weil sie heute Morgen so einen Krach gemacht haben, hat der Werksleiter beschlossen, ihnen erst am Abend zu essen und zu trinken zu bringen. Was haben sie denn angestellt? fragte Holmes tonlos. Casey, meine Freundin, hat sich geweigert, dem Herrn Werksleiter beim Waschen und Ankleiden zur Hand zu gehen. Die beiden Männer haben sich beim Abendessen über das letzte Stück Brot gestritten und die zwei Jungen wollten sich heute Nacht aus dem Staub machen. Und wann kommen die fünf wieder frei? fragte Alice. Das liegt im Ermessen des Herrn Werkleiters, auch wann sie wieder zu essen und zu trinken bekommen und ob sie ihre Kleidung anbehalten dürfen. Du meinst, diese fünf Menschen sind völlig nackt dort drin eingesperrt? fragte Alice entgeistert. Nein, nur meine Freundin Casey. Meistens ist der Herr Werkleiter äußerst gnädig, doch Casey hat sich ihm zum wiederholten Male verweigert. Deshalb musste sie sich entkleiden. Wir folgten Selma die Treppe hoch bis in den zweiten Stock. Am Ende des Ganges befand sich eine zusammengeflickte Türe, die sich nicht mehr richtig schließen ließ. Selma öffnete sie und führte uns in ihr Zimmer. Ich zählte insgesamt acht Schlafplätze, die sich in dem beengten Raum befanden und teils in ihrer Beschaffenheit unterschieden. Lediglich drei Matratzen erspähte ich, die restlichen Schlafstätten waren nichts weiteres als Strohlager. Ungeziefer kroch über den Boden und die Betten. Ein voller Nachttopf stand in der Ecke und verbreitete einen entsetzlichen Gestank. Ungerührt alldessen nahm Holmes auf einem der Strohlager Platz. Im selben Moment kroch ihm ein Käfer quer über den Schoß, doch Holmes schien dies nicht sonderlich zu stören, denn er wischte den Störenfried mit einer einfachen Handbewegung beiseite. Selma, kannst du mir sagen, ob eine der Frauen oder Mädchen vor kurzem ein Baby entbunden hat? fragte Holmes in sanftem Tonfall. Hier entbindet andauernd jemand, sagte Selma beinahe trotzig. So in den letzten ein oder zwei Wochen, ließ Holmes nicht locker. Selma überlegte kurz. Ja, Mrs. Blackwell gebar vor etwa zwei Wochen ein Kind. Könntest du uns bitte zur Mrs. Blackwell bringen? Wir würden gerne kurz mit ihr sprechen. Selma zuckte wieder mit den Schultern. Aber sicher, wenn sie das wünschen? Wir folgten ihr wieder den langen Gang zurück und gingen dann drei Stockwerke die Treppe hinunter in den Keller. Dort war die Krankenstation untergebracht. Eine kleine rundliche Frau, der man beim besten Willen nicht ansehen konnte, dass sie erst vor so kurzer Zeit ein Kind geboren hatte, war gerade damit beschäftigt, einem Patienten das Bein zu verbinden. Sarah, sprach Selma die Frau an, diese Herrschaften hier würden sich kurz mit dir unterhalten wollen. Die Frau sah von ihrem Patienten auf und sagte, ich bin sofort fertig hier. Geduldig warteten wir drei am Ende des Zimmers, bis sich Sarah Blackwell erhob, kurz ihre Hände an der Schürze abstreifte und dann zu uns trat. Gibt es ein Problem? fragte sie leicht angespannt. Aber nein, ich bin Mr. Samlow und wollte mich nur kurz nach Ihnen und Ihrem Kind erkundigen. Welches von den sechs meinen Sie denn? fragte die Frau. Nun, ihr Neugeborenes, antwortete Holmes. Mrs. Blackwell sah Holmes leicht verdutzt an, dann ging sie in das Nebenzimmer und kam mit einem zauberhaften kleinen Baby zurück, das friedlich schlummerte. Holmes ließ sich seine Enttäuschung nicht ansehen und sagte, ein ganz entzückender Wonneproppen, ich gratuliere Ihnen. Sagen Sie, gab es in den letzten zwei Wochen vielleicht noch eine andere junge Frau, die ein Kind entbunden hat? Aber ja, unsere Nanny, sagte Mrs. Blackwell. Oh, die hätte ich jetzt fast ganz vergessen, entschuldigte sich Selma. Kein Wunder, wenn man die ganze Tragik bedenkt. Was denn für eine Tragik? Holmes wurde hellhörig. Selma zuckte abermals nur mit den Schultern, aber Sarah Blackwell war gesprächiger. Darüber wird hier nicht offen gesprochen, wissen Sie. Es war aber nicht das erste Mal, dass so etwas hier passiert. Sagen wir, es verlief alles ein wenig anders als geplant. Aber vielleicht sollten Sie einfach selbst mit unserer Nanny sprechen? Unbedingt, sagte Holmes, fast ein wenig zu euphorisch. Können Sie uns zu ihr bringen? Das übernimmt Selma sicher noch einmal gerne. Es tut mir leid, aber ich bin hier noch mit einigen Aufgaben beschäftigt und würde ansonsten großen Ärger bekommen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, warum auch immer Sie hier sind, sagte die Frau verschwörerisch und mir lief es für einen kurzen Moment eiskalt den Rücken hinunter. Also folgten wir wieder Selma, die uns dieses Mal aus dem Gebäude hinaus in den Hof führte. Rechts von dem großen Haus befanden sich die Stallungen, wobei es das Wort Verschläge sicher besser traf. Links vom Haus dagegen war eine mittelgroße Kapelle, die das einzig Vorzeigbare auf dem kompletten Anwesen zu sein schien. Selma öffnete die laut quietschende Türe. Es war düster im Innern und eine Eiseskälte durchdrang mich plötzlich. Das alte Gemäuer war nicht geheizt und so zierten zu dieser Jahreszeit im Januar viele Eisblumen die Fenster. Eine sehr junge Frau schrubbte nur im Kittel bekleidet kniend den eiskalten Fußboden. Sie sah nicht einmal auf, als wir die Kapelle betraten und Selma sie ansprach. Also ging Selma zu ihr und tätschelte ihr sanft die Schulter. Erst jetzt hob sich ihr Kopf und ich bemerkte sofort die rot geweinten Augen der jungen Frau. Selma nahm sie kurz mitfühlend in die Arme und flüsterte ihr in der Hoffnung, dass dies unbemerkt blieb, etwas ins Ohr. Nanny wischte sich mit dem Handrücken über die verquollenen Augen, erhob sich und zupfte sich den Kittel glatt. Sie wünschen? fragte sie unsicher und mit zerbrechlicher Stimme. Wir wollen ihnen nichts Böses, das verspreche ich ihnen, sagte Holmes ruhig. Doch Alice war schon zu der jungen Frau geeilt und fasste sie an beide Hände. Ich bin Alice und ich will dir helfen, doch bitte rede mit uns. Selma sagte, du hast ein Kind geboren, doch es geschah etwas Furchtbares. Nanny begann wieder zu weinen. Ja, und ich bin schuld, schluchzte sie. Ich habe es nicht anders verdient. Pater Jeffrey hat schon recht damit. Wer ist denn Pater Jeffrey und womit hat er recht? fragte Holmes sanft. Pater Jeffrey ist unser Herr Pfarrer. Meine Arbeit ist es mich um das Gotteshaus und den Herrn Pfarrer zu kümmern. Aber ich mache das nicht gut genug, deshalb hat mich der liebe Gott gestraft. Ich trage doch schon die Erbsünde in mir und hätte mich deshalb noch mehr anstrengen müssen, klagte sie. Aber, aber, Kind, versuchte Holmes sie aufzumuntern, wir sind alle nicht ohne Fehler. Und was die Erbsünde angeht, so betrifft sie genau genommen nicht nur das weibliche Geschlecht, sondern das männliche in gleichem Maße. Schließlich haben Adam und Eva gemeinsam den fleischlichen Gelüsten nachgegeben. Sicher, angeblich hat Eva Adam verführt, doch es steht jedem Menschen frei, nein zu sagen, deshalb bin ich der Meinung, dass es nicht ganz gerecht ist, Eva hier die alleinige Schuld unter zu schieben. Und außerdem sind sie Nanny und nicht Eva, also Schluss mit dem Blödsinn. Empört über Holmes blasphemische Aussagen entfuhr Selma und Nanny zeitgleich ein entschuldigendes Herr im Himmel und ein schnell gemachtes Kreuzzeichen. Holmes, sie Antichrist, sie können doch diesen gottesfürchtigen Mädchen nicht mit solchen Thesen daherkommen, schimpfte ich mit ihm. Alice allerdings begann leise zu kichern. Holmes ging jedoch nicht weiter auf meine Rüge ein, sondern fragte Nanny weiter. Wer ist denn der Vater des Kindes? Selma Boden und anscheinend war keiner der beiden mehr bereit, den Mund aufzumachen. Holmes blickte auffordernd zuerst zu Nanny, dann zu Selma, doch beide gaben keinen Ton mehr von sich. Also gut, kürzen wir das Ganze einfach ab, indem ich sage, es ist Pater Jeffrey, richtig? Nannys Gesicht wurde zuerst rot, dann weiß und schließlich wieder schames rot. Also richtig, konstantierte Holmes. Stücken bei ihm gelegen oder wurden sie dazu gezwungen? fragte Holmes weiter. Und es war kaum zu glauben, aber Nannys Gesichtsfarbe erreichte eine weitere Nuance an Röte. Wo ist ihr Kind? fragte Holmes plötzlich völlig unverblümt weiter. Da rannen bei Nanny sofort wieder die Tränen die heißglühenden Wangen hinab. Ich erwartete fast, dass bei dieser Eiseskälte sofort heißer Dampf aufsteigen würde, doch nichts Die Tränen rannen über das verschmutzte Gesicht und hinterließen ihre Spuren. Es ist nicht hier, richtig? fragte Holmes. Nanny nickte zögernd. Pater Jeffrey hat es genommen, auch richtig? Diesmal fiel Nannys Nicken heftiger aus. Wollen Sie uns jetzt nicht doch einmal erzählen, was genau passiert ist? fragte Holmes. Selma fasste Nanny an der Hand und drückte diese aufmunternd, doch Nanny sagte immer noch kein Wort. Wir haben ihr Kind gefunden, sagte Holmes kühl. Nanny blickte hoffnungsvoll auf. Es ist tot, erfroren. Holmes Worte bohrten sich wie ein Messer in Nannys Brust und ich konnte den Einstich und den damit verbundenen Schmerz förmlich spüren. Nanny sagte in sich zusammen. Wir müssen es weggeben, hat er gesagt, schluchzte sie. Es sei eine Teufelsbrut, hat er gesagt. Wir müssten es in den Wald bringen, dann würden uns die Hexen mein Kind zurückgeben, genau das hat er gesagt. Selma sang zu ihrer Freundin auf die Knie und auch Alice stand an Nannys Seite und tätschelte ihr tröstend die Hand. Es war keine Teufelsbrut, es war wunderschön, flüsterte sie leise, für mich war es wunderschön. Während die drei mit Weinen und Trösten beschäftigt waren, wandte ich mich an Holmes. Wie geht es denn nun weiter, Holmes? Holmes atmete einmal tief durch, dann sagte er, nun, wir sind hier fertig, alles weitere ist jetzt Aufgabe der Polizei, wir werden Inspektor Wolford informieren. Was passiert mit Nanny? Wir können sie doch in diesem Zustand nicht einfach zurücklassen und gehen, sagte ich empört. Dr. Watson, ihr gutes Herz in allen Ehren, doch man kann nicht alle Menschen retten, wir haben getan, was in unserer Macht stand und dem armen Mädchen geholfen. Inspektor Wolford kann ihr hoffentlich noch Gerechtigkeit verschaffen, doch alles weitere liegt in den Händen Gottes. Warum klingt das bei ihnen bloß immer so zynisch? stichelte ich ein wenig. Wollen wir endlich los? Plötzlich stand Alice an unserer Seite, Nanny im Arm haltend. Was soll das denn werden? zischte Holmes. Ich überlege doch schon so lange ein Kindermädchen für die drei Rabauken zu engagieren und eine Hilfe im Haushalt habe ich auch bitter nötig. Und wenn nicht Nanny unser neues Kindermädchen werden soll, wer dann? Alice lächelte breit. Außerdem hätte ich so auch mehr Zeit, um mit ihnen beiden auf Verbrecherjagd zu gehen. Doch Holmes schlug sich nur die Hand vors Gesicht. Alice, ihre Taten in allen Ehren. Wirklich. Ich muss ihnen aber jetzt mitteilen, dass dies wirklich das allerletzte Mal war, dass wir sie irgendwo hin mitgenommen haben. Ihr Haus platzt ja sonst noch aus allen Nähten, schimpfte Holmes. Doch ich konnte ihm ansehen, dass er mit Alice Entscheidung Nanny ein neues Zuhause zu geben und damit eine Chance im Leben überaus glücklich war. Zu viert verließen wir diesen Ort des Grauens und der Trauer und ich bedauerte wirklich jeden Einzelnen, der in so einer Einrichtung sein Leben fristen musste. Während Alice Nanny ins Auto half, blieb ich mit Holmes noch einen Augenblick draussen stehen und warf noch einen letzten Blick auf das Arbeitshaus. Ich gratuliere Ihnen, Holmes, sagte ich. Da hat Ihr Charakternäschen ja mal wieder den richtigen Riecher gehabt. Emma hätte ihre Nase wahrlich nicht besser zeichnen können.